Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt von profischnapp.de, Ihrem Online-Outlet für Markensofas, hier heute mit einer Hukla-Garnitur. Hukla war früher ein Dominator der Sofaszene aus Gengenbach, Schwarzwald, heute ansässig, nach vielen Wirrungen in Diepenau in Norddeutschland. Produktion ist hauptsächlich in Polen, nach wie vor hochwertige Qualität, jetzt auch etwas mit jüngerem Touch. Dies ist aus der Pure-Kollektion. Pure wurde gegründet nach der Pleite von Ewald Schillig, um die Umsätze einzusammeln. Und so sieht die Gruppe auch ein bisschen aus wie eine Ewald Schillig-Garnitur, die damals Schein hieß, nur die Technik wurde anders gelöst. Und sowas finde ich dann okay. Es ist nicht einfach gekupfert, sondern es ist neu interpretiert mit dieser Absteppung und mit der neuen Funktion, die ich Ihnen gleich zeigen werde. Und dadurch hat es eine Eigenständigkeit. HP 210-13, zweiteilige Wohnkombination in Samt-Velour mit drei Kissen und Rolle dran. Sehen Sie hier, die Eulen gehören nicht zu. Die stelle ich mal weg. Das sind meine Lieblings-Eulen. So, hier haben Sie jetzt das zum Arme weg. Hier haben Sie den Rücken. Und der Rücken inklusive Armlehne ist per Hebebeschlag komplett, eigentlich relativ einfach, um 20 Zentimeter nach hinten zu verstellen. Was haben Sie für einen Vorteil? Der erste Vorteil ist, Sie haben die normale Sitztiefe zum Sitzen. Und jetzt haben Sie die Lümmeltiefe. Und wenn Sie dann noch einen Hocker dazu nehmen, dann haben Sie eine Wohninsel für drei, vier Leute zum Chillen. Drei Kissen sind hier jetzt dabei. Das ist auch absolut ausreichend. Sie können natürlich auch noch mehr drauf packen. Aber ich finde, die Gruppe muss auch noch ein bisschen locker sein. Hier können Sie jetzt, das ist das kurze Longchair, Sie können das Longchair auch lang machen. Ich stoße jetzt hier hinten ein bisschen an. Ich müsste also ein kleines Stück noch nach vorne machen. Machen wir mal, dass Sie das sehen. So, jetzt ist es hinten. Und jetzt habe ich ein langes Longchair. Ich bin 1,83 m, meine Beine sind komplett drauf. Und ein breites Longchair. Hier kann man auch drauf liegen, zu zweit, die sich mögen, sage ich immer. Und, ja, einfache Technik, solides Modell, bekannte Formensprache. Was kann man sagen? Jo, preislich wird die auch immer wieder attraktiv in Aktionen angeboten. Da bekommst du die Garnitur, ich habe es recherchiert, online schon für 2,4, 2,5 geboten. Beste Preis war 2,2,99, aber dann plus Versand. Und ja, mein Schnäppchen für Sie, nämlich dieses hier. Mit drei Kissen, mit der Funktion, in diesem Samt Velour Forest, heißt er, zum Schäppchenpreis von 1.750 Euro plus 199 Euro Fracht, also unter 2.000 Euro. Einen Hocker haben wir auch noch dazu, wenn er noch da ist. Schauen Sie auch unter dieser Nummer, geben Sie einfach oben rechts in Suchenfeld 21013 auf profischnapp.de ein. Dann kommt der Hocker, wenn er noch da ist. Und wir haben hier auch noch ein Plate-Zusatzkissen, wenn Sie das wollen. Mir ist es fast zu viel, aber das ist Geschmackssache. profischnapp.de, Ihr Online-Outlet für Markensofas, bedankt sich. Ich freue mich, wenn Sie uns hier in 72186 Hinge empfingen, mal besuchen. Wir sind 30 Minuten weg vom Autobahnkreuz Stuttgart. Ich freue mich, wenn Sie mich kontaktieren per Chat, per Mail, per Telefon, wenn es Fragen gibt. Und ansonsten freue ich mich, dass Sie uns gewogen bleiben. Danke und Tschüss, Ihr Lutz Reinhardt von profischnapp.de